Deine Mutter steckt sich eine Münze ins Ohr, wenn sie 50 Cent hören will. Äh... 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 Was ist das für Musik? Äh... Äh... Schau Leute was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute mal was ganz ganz... Ja... Wir machen heute mal was ganz ganz wildes. Wir beide und noch so ein anderer random... Also eigentlich Alferstein und ich haben uns überlegt... Der kommt flach wieder zu bringen. Dann ist mir eingefallen. Moment mal, das Format war ja damals mit Evive. Also habe ich Lukas tatsächlich auch mal gefragt. Das war nicht mit Evive, das war von Evive. Jaja... Bitte? Egal. Leute, wir machen auf jeden Fall eine Runde. Der kommt flach, falls ihr es nicht kennt. Wir lesen uns gegenseitig Flachwitze vor. Versuchen dabei nicht zu lachen. Wenn wir lachen, müssen wir tatsächlich Tabasco trinken. Ich habe hier eine Flasche Tabasco. Lukas, du hast deine Flasche auch dabei, oder? Sagt mir sowas doch mal vorher Bescheid! Perfekt Lukas... Perfekt Lukas... Das ist eine scharfe Soße. Die kann jeder trinken. Das darfst du auch trinken. Egal wie alt. Ich wollte sagen, meine Freunde, wir facken gar nicht lange drum herum und fangen sofort an! Ja! Ich habe hier auch meinen Kollegen Alphastein, der hier übrigens neben mir sitzt. Oh, Moment. Der Stuhl ist leer. Alphastein sitzt nicht neben mir. Im Hintergrund gibt es ein wunderschönes Trimax-Gameplay zu sehen oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, vielleicht auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Leo, das ist deine Entscheidung. Lukas, fangen wir an mit dem ersten Witz. Mir war kalt, also habe ich den Außenventilator abgestellt. Die anderen Fluggäste im Helikopter fanden das wohl nicht so toll. Verstehst du? Ventilat... Fand... Nein? Nein? Nee. Okay, gut. Dann bist du dran, komm. Hau ich mal den... Oh, das ist voll ungewohnt. Haben wir so lange nicht mehr gemacht. Rollt ein Ball um die Ecke und kippt um. Und fällt um. Absolute Sch... Ja! Einfach steinlach, Digga! Ja, Digga, das ist... Ist... Keine Chief mit Lukas. Zahnarzt und Patientin, das kann jetzt ein bisschen weh tun. Patient, kein Problem! Zahnarzt, ich habe seit drei Jahren ein Verhältnis mit Ihrer Frau. Oh... Junge... Ja... Was ist das für Musik? Junge, 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 Junge... Okay. Lukas? Ja? Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu. Nein, deine Mutter. Warte, warte, warte! Warte, warte! Nein, ich, 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 warte! Was passiert, wenn man ihn im Ikea äh... klaut? Man wird vermöbelt! Nein, deine... Nur für uns! Digga... Komm, weiter, weiter, weiter! Komm, 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 komm! Wer? Du! Du bist da! Digga, komm, ich haue ihn raus! Was ist braun und sitzt im Knast? Eine Knast-Tanie! Junge... Abfahrt! Eigentlich können wir dieses Format nicht mehr bringen, oder? Nein! Es ist egal. Lukas, deine Mutter ist so fett, wenn sie mit High Hills rausgeht, kommt sie einfach mit Flip-Rops zurück, weil die Dinger sich ablaufen. Hä? Warum machst du deine Mutter Witze? Ja! Wir machen alle Witze, die wir wollen! Okay. Alle Kinder machen eine Wanderung in den Gletscher. Nur nicht Malte. Der verschwand in der Spalte. Eher in welcher Spalte? Das frage ich mich an der Stelle auch. Ach Digga, diese dummen Musik... Lukas, bitte, komm! Lukas, bitte! Okay, also... Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Keine Ahnung. Ja, wo ist mein Traktor? Ja! Ne, das ist... Ja, das... Es macht... Es macht... Ja! Es macht Sinn! Digga, halt deine Fresse, Alter! Lukas! Ja! Ja! Deine Mutter ist so dumm, die sucht im Google-Kalender den Bundestag. Huch! Ja, war gut! Danke, danke, danke! Du machst es grün und klopft an der Tür. Und klopft es alle ab! Digga, ich will, dass du dich umbringst, Alter! Wirklich! Ich will einfach nicht mehr mit dir reden, Lukas! Alle Kinder springen durch einen brennenden Reifen! Außer Dig, der war zu dick! No, wrong! Digga, wie viele hast du davon, Alter? Junge! Digga, deine Mutter steckt sich eine Münze ins Ohr, wenn sie 50 Cent hören will! Äh... Wie nennt man einen Deutschen im All? Allmann! Allmann! Ja, ja, genau! Alle Kinder schnell den Apfel mit dem Messer! Außer Hagen, der hat's im Magen! Das Messer? Oder den Apfel? Das ist jetzt die Frage! Lukas, komm! Lassen wir's einfach! Herr Doktor, können Sie ihm helfen? Hm, ich schreibe Ihnen erstmal ein paar Moorbäder! Und die helfen? Nee, aber gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde, weil sie sind bald tot! Oh! Damn, Bro! Okay, warte, ich hau mal den nächsten raus! Der ist geil! Ha, ich bin so unentschlossen! Als japanischer Krieger wäre ich ein Nunia! Ich bin unentschlossen, Ninja, Nun, du hast gedacht, Digga, reicht schon! Weiß ich nicht, Alter, Digga, keine Ahnung, was das ist! Jetzt sind Fische so schlechte Tennisspieler! Die gehen so ungern ans Netz! Die Junge! Ich kannte noch nicht, Digga! Ja, ich hab die meisten Sachen checkt! Alter! Wenn ein Mann sagt, ich repariere das! Dann wird es auch gemacht und es gibt keinen Grund diesen Mann alle zwei Jahre daran zu erinnern! Ja? Okay! Verstehst du? Ach, das war schon der Witz! Ja, ja. War verdammt lustig. Halt deine Fresse. Ähm, ich war weiter und zwar, wie heißt die Frau von Herbert? Keine Ahnung. Genau, Fraubert. Junge, halt deine Fresse. Fünf von sechs Personen finden russisches Rollenz völlig ungefährlich. Ja, die eine ist ja tot. No front. Ja, gut. No front. Sagt er zu Patienten, sie sind so gesund, dass sie bestimmt noch 80 werden. Aber ich bin doch schon 80. Sehen Sie, ich hab mir doch gesagt, dass sie jetzt mit dem Rauchen aufhören sollen. Der stirbt. Okay, pass auf. Was sagt Unge, wenn er umzieht? Es ist ungewohnt. Wegen Wohnung. Lukas, halt deine Fresse. Der war ja wohl nicht schlecht, Digga. Nimm es zurück. Ich nimm es zurück. Danke. Ich will auf Materia. Ja, Materia. Ich will auf Materia, Digga. Digga, deine Mutter schreit von der Toilette. Schaut mal, Kinder, ich bin ein 3D-Drucker. Naja. Warte. Egal. No front. Digga, komm mal. Alter. Sitzen zwei Bomben im Keller, sagt der eine zur anderen. Lass mal hochgehen. Ja, perfekt, Lukas. Halt deine Fresse. Ja, lass mir doch meine Witze in Ruhe zu Ende erzählen, Junge. Wie unterscheidest du dich von einer Raupe? Aus der Raupe wird noch was. Oh, shit. Lukas, wenn im Auto der Hund forts, macht deine Mutter extra die Scheiben nach oben. Ja, das stimmt sogar. Weil die will das riechen. Also, ja. Hey Mann, ich hab hier so viele Witze, aber die kann ich nicht vorlesen, Digga. Deine Mutter findet auf dem Schraubplatz einen Spiegel und sagt, damn, dieses Bild hätte ich auch weggeworfen. Ähm, ja. Was macht ein Steak unterm Bett? Sich versteaken. Oh, halt deine Fresse. Der war ja wohl nicht. Der war gut, der war gut. Deine Mutter stinkt so sehr, dass aus dem Mund, dass aus einer Capri-Sonne eine Depri-Sonne wird. Äh, das macht gar keinen Sinn. Justin, jetzt hör auf. Deine Mutter arbeitet am Strand als Schatten. Sie ist so, äh. Lukas, komm, du bist dran. Ein Mann hat zwei Hunde. Das erste nennt er eins und das zweite zwei. Stirbt eins, hat er noch zwei. Oh, Gott. Wenn deine Mutter sich im Bett umdreht, legt sie der Küche. Die ist so dick. Halt deine Fresse, Mann. Meine Frau will mit... Ja, lies dein Witz vor. Meine Frau will mit mir über mein kindisches Verhalten reden. Tja, aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. Ja, in die Kissenburg, das braucht man so als Kind. Dieser wird noch mal selber in seinen eigenen Witz reinschein. Ja, wirklich. No, Front. No. Lukas, deine Mutter meinte mal zu deinem Vater, du behandelst unsere Kinder wirklich unfair. Und da meinte dein Vater so, ich weiß gar nicht, welches du meinst. Meinst du Philipp, Paul oder das fette Hässliche namens Lukas? Das habe ich noch nie gehört, Digga. Deine Mutter ist so hässlich, Digga. Dein Vater nimmt die Witze zur Arbeit, damit ihr keinen Abschiedskutz geben muss. Ein Abschiedskutz, oder? Sitzen zwei Tote auf dem Baum, fällt einer runter, beide tot. Wenn ich dir schon Frühstück ans Bett bringe, dann möchte ich ein simples Dankeschön. Und keinen zum Teufel, was machen sie in meinem Haus, gehen sie raus, wieso haben sie keine Hose an. Damals als kleiner Junge auf diversen Hochzeitsfeiern, die Bekannten sagten immer zu mir mit breitem Grinsen, du bist der Nächste. Jetzt gehe ich auf Beerdigung und sag, du fette Hose, du bist der Nächste. Jo, du F***. Alter, wieso? Digga, was? Mom, Digga, Mom. Warum auf einmal so Beleidigung? Ruhig, Alter, ich weiß es auch nicht, Digga. Steht hier so. Entschuldigung, aber wir besiegen keine Zeitreisenden. Ein Zeitreisender geht in eine Bar. Oh, Junge, halt deinen Maul, Alter, Digga. Verstehe ich auch nicht. Ganz kurz, wer sitzt im Dschungel und schummelt? Wo, Kli? Du hast gelacht, Digga. Halt deinen Maul. Er hat gelacht. Unangenehm. Alferstein, bitte. Fittchen im Zoo. Schau mal, Papa, was für ein hässlicher Gorilla. Papa, nicht so laut. Wir sind erst an der Kasse. Hä, ich verstehe alle nicht. Oh, da meint die Kassiererin. Ja, Digga. Wann gehen eigentlich die meisten U-Boote unter? Keine Ahnung. Ja, am Tag der offene Tür halt, ne? Ist ja klar. Immer diese Justin-Lachen. Deine Oma wird beim FBI festgenommen und jetzt heißt sie Top Secret. Digga. No problem. Digga, Lukas, deine Unterhose trifft eine andere Unterhose. Sagt dir eine andere Unterhose zu deiner Unterhose. Hä, warst du im Urlaub oder wieso bist du so braun? Es ist Scheiße. Patient, Herr Doktor, ich bin zu vergesslich geworden. Doktor, okay, ich verstehe. Patient, was wollen Sie? Wer sind Sie? Ach, ähm. Das war der Witz, ne? Ja. Toilettenpapier spielte übrigens schon immer eine große Rolle bei mir. Ich kann doch nicht einfach nur gehen gerade. Ich auch. Baby, warum ist der Himmel so hoch? Damit sich die Vögel nicht den Kopf stoßen. Nimm das zurück. Ich schlafe gerne nackt. Da können die Kindergartenkinder noch so dumm gucken, wenn ich als Erzieher arbeite. What the f***, bro? What the f***? Digga, Moment! Moment! Unge, so nicht! Kind, wo ist dein Zeugnis? Bei meinem Freund Heiko. Warum? Er wollte seine Eltern erschrecken. Was ist weiß und geht den Berg hinauf? Weiß ich nicht. Ne Lawine, die Heimweh hat. Ja, ja, ganz logisch. Ich wollte ein Gewitz über... Warte, warte, warte! 1-0-8. Was wirft mit Scheine? Ja, ein Scheinwerfer. Ein Scheinheiliger, oder? Ähm. Ich wollte einen Witz über Gedächtnisverlust machen. Oder? Oder? Was sagt ein Baum zum anderen Baum? Hallo, Baum. Ja, okay. Wie grüßen sich eigentlich plastische Chirurgen? Und was machst du denn heute für ein Gesicht? Digga. Der ist nicht schlecht, Digga. Doch, ist er. Oh, Junge, ist das schlecht, Alter. Zwei Mütter unterhalten sich. Also, mein Sohn wird ja gemobbt. Oh, wirklich? Ja, meiner kann sich mittlerweile schon selber waschen. Weil der gemobbt wird. Von Wichtmob. Junge, ist der Sche... Alter, ich will mir ein Strick nehmen und einfach... Jetzt wisst ihr auch, warum wir das Format nicht mehr aktiv machen, weil... So viel eine Kracherwitze, Alter. Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas für mich, damit ich jünger aussehe. Ziehen Sie diese Windel an und diesen Schnuller. Digga. Wir sind hier nicht in Berlin. Ich schreibe meinen Zuschauern, schickt mal Witze. Und die schreiben mir alle entweder Revi oder... Ich möchte gern Millionär sein, so wie mein Vater. Wow, ist dein Vater Millionär? Nee, aber der will auch gern Millionär sein. Digga, bro. Einverstanden, hau mal raus. Hast du keine mehr, oder was? Nein. Okay. Wie, nein? Ich hab morgen einen Erzttermin, aber ich will da nicht hin. Er ruft einfach an, sagt, du bist krank. Was ist gelb und schwimmt auf dem See? Deine Mutter. Deine Spanane. Ja, perfekt. Geht Knossi zum Arzt. Sie brauchen eine Krone, sagt jetzt Harald. Sagt Knossi, ja, endlich versteht mich jemand. Ja, toll. Wie nennt man das Gelbe im Himmel? Ziehen Drohne. Wegen Drohne, die fliegt Drohne. Zieh, äh... Das funktioniert nicht mal, wenn man ihn erzählt, bro. Wo machen Kühe Urlaub? In Kuba. In Kuba, ja. Busfahrer, möchten Sie sich hinsetzen? Nein, ich hab's eilig. Hä? Ja, ist doch klar, wenn er steht, dann musst du schneller, Digga. Ganz kurz, wer ist dümmer als Revi? Niemand. Digga, zwei Kelten laufen durch einen Schneesturm. Sagt der eine, Kälte. Oder sagt der andere, selber, Kälte. Hatten wir eigentlich Justin mal dabei, weil der kommt flach? Herr Doktor, Herr Doktor, ich hab jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Was macht ein Rollstuhlfahrer, wenn der übend ist? Am Rad drehen. Was ist der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Polen? Der Pole weiß halt, was dir fehlt. Okay, das ist gut. Vater zu seinem Kind. Sohn, ich hab all dein Spiel sogar ins Kinderheim gespendet. Hä, wieso das denn, Papa? Damit es dir nicht langweilig wird. Jetzt ab in das Gefängnis. Gefängnis? Digga, wieso steht das denn hier so? Wann ist etwas Positives schlecht, wenn HIV davor steht? Boah. Covid-19. Ah, geil. Ich habe dir Schokoplätzchen gebacken. Als eine Entschuldigung dafür, dass ich deine Frau gef***t, dein Auto kaputt gemacht habe, dein Haus in Brand gesteckt und deine Tochter umgebracht habe. Was hast du gemacht? Schokoplätzchen gebacken. Digga. Leute, ich bin hier doppelt und dreifach raus. Es war mal wieder eine absolute Ehre, das hier wieder seit Jahren gemacht zu haben. Jedes Jahr kommt eine Folge, wenn uns wieder nichts einfällt. Was war das? Ich glaube, irgendjemand war ein Boot oder so ein Zimmer. Ja, perfekt. Ich bin an der Stelle raus. Alphastein, danke, dass du dabei gewesen bist. Wirklich wertvoll. Bitte. Lukas? Er hat locker vier Witze gesagt, Digga. Lukas? Gut. Lukas? Perfekt, halt dein Maul. Auf Wiedersehen und tschüss. Auf Wiedersehen und tschüss.